ARD Text im Auftrag von Funk Ist alles okay? Hey, ist alles okay? Ich weiß auch nicht, ich glaub ich hatte gerade ein Déjà-vu oder sowas. Das hört sich jetzt vollkommen absurd an, aber... Ich hab genau das hier letzte Nacht geträumt. Das Licht hat geflackert. Es gab einen lauten Knall. Und dann war plötzlich alles dunkel. Und irgendwie... ...war die Welt zu Ende. Die Welt war zu Ende? Ja, keine Ahnung. Es war einfach dunkel und ist nicht wieder hell geworden. Ich hatte so ein eigenartiges Gefühl. Als ob das gut ist. Dass alles vorbei ist. Als ob man plötzlich frei ist von allem. Kein Wollen. Kein Müssen. Unendliche Dunkelheit. Kein Gestern. Kein Heute. Kein Morgen. Nichts.